Was machst du denn, Angela? Ich schaue Tannenbäume an, virtuell. Ja und, was ist das? Das ist ein norddeutscher Brauch. Du gehst von Haus zu Haus, guckst dir die Tannenbäume an, kriegst einen Schnaps und dann Prost, wunderschön. Dieses Jahr habe ich die alle hier. Kerstin, wow! Kerstin, super Tannenbaum. Tina, oh, Tina. Schöner Tannenbaum, ein bisschen klein dieses Jahr, aber... Antje, wow, der sieht gut aus. Antje! Oh, jetzt kommt... Jetzt kommt Anikus. Der ist auch schön, der ist ganz bunt, oh, so schöne Farben, schöne Farben. Welcher kommt jetzt? Oh, Kerias, die hat lauter weiße Sterne. Oh, Keria. Mal sehen, welcher jetzt kommt. Sabine ist, oh, der ist ganz groß, ganz großer Tannenbaum. Oh, Moment, Moment, was kommt denn jetzt für ein Tannenbaum? Ach, das ist der, 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 der ist von, von wem war der denn noch? Habe ich ganz vergessen. Schöner Tannenbaum, ich sage euch allen Freunde, ihr habt alle, das kostet einen großen, ihr habt alle die besten Tannenbäume, die ihr euch nur prustellen könnt. Prost, Neuer! Schön, schön. Ries, schöner! Junge, führe mich auch ganz gerne! Untertitelung des ZDF, 2020